story technisch geil vor allem die model warfare trilogie mein absoluter favorit war muss ich dazu eben dann aufs moment spaß multiplayer waren viele kacke aber story technisch sucht ghost finde ich voll geil weißt du so wie du das erinnerst du mich derzeit eine marke jackson scary movie war der so richtig geil verklopft und dann bei ich merke jetzt schon den hass war auf michael oder auf den nachgemachten michael im scary movie michal auf manchen so in den direkt sie aber ist mir gar nicht fünf weinen zu hause liegen also ist das egal übrigens auch ein bisschen eskaliert was meine rock und metal playlist angeht die sind das keine 106 ist jetzt keine 126 schlieder mehr langsam 317 ja da kommt ja fast an meine playlist dran musste mal ein bisschen aufstocken fürs training und für auto und so jetzt wieder machen die ganze zeit schon disorientiert die man irgendwie dreimal gegen das fenster geknallt ist ja ich quatsche und quatsche und machen dabei was und dann quatsche ich weiter und dann ist das so wie als wenn du durch eine lichtschranke gehst und weg gelöscht ja das wasser geschubst das war fähig jetzt ich hab so ein nanosekündchen bevor ich wo das angekommen ist das fäschchen habe ich das angel ding schon raus gezogen so nennt man das heutzutage soll jetzt erstmal wieder das minium loch weg machen du wirst du auf code of duty ww2 gespielt ne ich habe es angefangen zu zocken aber dann hatte ich mittendrin wegen diverser ich muss meinen rechner endlich neu installieren und ich krieg eine neue ssd aufgehört und ich habe es jetzt noch nicht wieder angefangen zu zocken aber wie ist das dann ist das gut also ich fand die erste mission und die zweite mission die ich dann zur hälfte mal gezockt habe ziemlich cool und ich fand es grafisch und so weil es mal wieder zweiter weltkrieg war von der story her auch ziemlich ansprechend also ja aber ich muss dazu sagen ich bin halt auch ein absoluter verfechter von call of duty 1 2 und tatsächlich auch 3 auf der xbox 360 weil ähm das sind so die ursprünglichen und deswegen ist call of duty ww2 für mich das vierte ursprüngliche call of duty und man merkt dass die story dass diese serie eigentlich in dem zweiten weltkrieg beheimatet ist und call of duty ist ja auch so eine sache die bei mir auf dem programm steht also vielleicht können wir uns da ja für die teile die man koop zusammen zocken kann die haupt story auch zusammen tun so wie bei black ops 3 das kann der komplett koop durchzocken wenn ich die hab ja noch ein paar euro dann notfalls aber hier call of duty 1 und 2 und vielleicht auch das dritte dann noch mal irgendwie über den emulator oder sowas würde ich auf jeden fall auch zocken hatte das erste sogar schon mal zu 99 prozent durch genau wie die night aber bei beiden spielen ist dann die aufnahme also das was ich schon geschnitten hatte ähm kaputt gegangen weil mir damals meine festplatte abgeraucht ist die ein terabyte scheiße muss ich also beides noch mal komplett neu zocken deswegen lasse ich mir damit zeit und lasse zeit vergehen wie bei minecraft dann kriegt man wieder lust drauf rote mikrofon im hals ich muss auch mal wieder meine externe vier terabyte anschließend mal alles rüber saugen was ich schon neu gemacht habe aber da ist ja schon ziemlich viel passiert alter ich krieg schon wieder angeln die verzaubert sind was ist denn hier los irgendwo muss hier so eine angelfabrik am wasser sein die die sachen verliert er aber ein weiter ferner und ich fühle mir jetzt gerade so ein bisschen hier über den großen teich weil ich meine da hinten eben banditen gesehen zu haben echt da bin ich mal mit dabei das sehen sie jetzt nicht mehr ne war wohl doch nur ein zombie da liegt noch das körperfleisch da bin ich ja gespannt wenn ich das erste mal hier die die banditen sehr alle ich dachte jetzt sowas gibt ne das ist dann mit dem banner was die ja droppen damit gehst du in das nächste village alter und dann fangen die ja dann angeblich wellenweise an das dorf anzugreifen dann werde ich direkt machen die dorfohlen das ist mir scheißegal ich mache richtig schön tower defense draus alter hinten an die front wow krieg war war never changes oder wie solid snake damals sagte war has changed das ist total cool kennst du kknd gesundheit crush kill and destroy die spiele von früher nein ok erstens kann ich dir sehr ins feld sehen weil auch wenn die spiele alt sind kann man sie immer noch sehr gut spielen zum beispiel über äh joji und ähm in den intros davon gibt es halt diesen typischen spruch manche kommen halt einfach nicht miteinander aus und dann fängt der typ so an die story zu erzählen was passiert ist ja und es gibt bei youtube einen channel der nennt sich kurz gesagt ist eigentlich ein englischsprachiger channel ähm der hieß früher in a nutshell ja und dann wurde der aber auch im englischen schon umbenannt in kurz gesagt glaube ich auf jeden fall da gibt es denn jetzt auch mit einem sehr ähm sympathisch klingenden deutschen synchronsprecher so ein älterer herr der auch sehr viele andere sachen schon vertont hat und den man kennt so vom hören her ne ja und das sind videos die sind total lustig animiert und die bringen dir innerhalb von kürzester zeit themen näher die halt wissenschaftlich sind finde ich ziemlich cool dass es sowas gibt ne und die hatten dann irgendein video und ganz am anfang von dem video sagt der sprecher dann auch manche kommen halt einfach nicht miteinander aus das ist so ein geiles easter egg gewesen in dem video direkt zu beginnen wo ich mich direkt gefreut habe ne auch nicht schlecht weißt du wo worauf ich bock hätte aber leider ist da darf oder sollte man das nicht einfach so machen aber hier gamesünden und filmsünden hätte ich echt bock drauf wa wie meinst du das denn kennst du das nicht gamesünden ja also gamesünden gibt es auch einen deutschen channel und filmen also es gibt boah da suche ich den mal kurz raus äh gamesünden da äh der channel ist der deutsche channel für gamesünden der spielt wirklich ein spiel durch nimmt das dabei auf also der macht da jetzt kein let's play draus und geht dann das spiel von anfang bis zum ende durch und zählt alle typischen klassischen filme auf äh fehler auf zum beispiel ach so zum beispiel motivation durch totes familienmitglied zack ähm ein typisches klischee das ist dann zum beispiel so ein fehler das ist wirklich der deutsche ähm ach games sind ist das das ist das das ist das das ja das ist es und ähm da gibt's schaue ich mir gleich mal an ja mach das das ist dann jetzt der englischsprachige und der macht auch noch gleichzeitig filmsünden also typische filmklischee sünden und äh filmsünden kannst du halt eigentlich bei uns in deutschland glaube ich nicht machen weiß ich nicht aber ich finde es cool und sowas würde ich auch gerne machen nur ich weiß halt nicht äh weil der eine macht das ja der der hat den gefragt den den der das englisch macht der ist halt der erste der das so macht und der der das auf deutsch macht der hat da angefragt ob der das auch machen darf weil das ja sein ist ja und er hat dann die offizielle ähm berechtigung quasi dafür deswegen weiß ich jetzt nicht ob man das einfach so machen sollte ich bin da jetzt nicht so ein freund von aber ich wollte dann irgendwie mal anschreiben einfach mal fragen ob da ob man solche auch hier film sünden aber ich weiß nicht was passiert wenn ich wenn ich ausschnitte von dem film hochlade woraus dann die rechte an den ausschnitten beziehungsweise musst du das ok holen und das ist gar nicht so einfach weil einfach drauf scheißen ist keine gute idee bei filmen nicht ne bei spielen ja aber bei spielen macht das ja schon jemand anderes bei spielen hätte ich interesse daran fehler in spielen zu finden und die auch zu zeigen wenn man so ein spiel durchgespielt hat oder im laufe eines spiels fehler sieht sowas wie weiß ich nicht äh lustige clipping fehler und so ein scheiß dass man die mal einfach alle zusammenschneidet genau zum beispiel vor allem weil der der hatte deutsch macht ich persönlich für den sehr sympathisch und würde ihm das doch ungern irgendwie wegnehmen ne hm um das mal so zu sagen also dann ist dann auch wieder eine art von solchen geklauttes format und ne das hat ja schon gesagt ja mein eigenes ist immer besser selbst wenn ich dann eigentlich auch noch ein paar videos in der pipeline wo ich mich einfach so wieder filme und ein paar sachen erzähle aber momentan komme ich nicht dazu was ich auf jeden fall machen werde und das kann ich ja hier sagen weil wenn diese folge rauskommt ich habe schon 2020 das ist wirklich so ähm ist das ähm ach komm ich sowas ähnliches machen machen werde wie kronk als er immer diese jahresrückblicke gemacht hat mhm einfach mal zurücklegen mal so ein bisschen quatsch und sowas werde ich auch dieses jahr mal machen wollte ich letztes jahr schon habe ich nur verklatscht aber dieses jahr werde ich es machen und ich bin mal sehr gespannt wie das dann abgeht also du meinst jetzt dann du sitzt dich dann mit der cam hin und filmst dich ab wie du über das jahr nachdenkst oder was ne nicht mit kram ach so aber einfach so ich glaube ich würde es genauso machen wie wie Gregor Onk dass ich mich irgendwo keine ahnung aufs dach meines hauses stelle und äh eine zeitlang hier unsere gegend hier abfüllen weil das ja schon ziemlich cool aussieht weiß wie ich mein ja und das da so im hintergrund laufen lassen so ein bisschen verschnellert oder so keine ahnung laufen lassen so wie der auch gemacht hat ist dann offiziell von dem geklaut ich weiß nicht ich kann nicht sagen obwohl das ist ja nicht geklaut so lange also ja okay das format ja aber das videomaterial nicht und was du sprichst ja auch nicht das format ja aber der macht ja auch schon seit drei jahren nicht mehr also ja dann macht viele sachen nicht mehr was ich sehr schade finden aber der muss sich halt auch um andere dinge kümmern hat ja mittlerweile auch wenn nichts jetzt sogar schon mehrere auf jeden fall eine eigene firma auch irgendwie ein eigenes spieleprojekt und mmo er selber nicht aber er arbeitet damit dran ja das ist ja viel schon mal was man da machen muss und der hat die firma also war chef von der firma mit dem sarraza aber das hat er jetzt an sarraza komplett übertragen weil grund gesagt hat ich möchte jetzt nur noch gaming machen da habe ich mir das ja auch überlegt wenn ich mal ein lotto gewinne und mir meine eigene firma aufbauen damit modding und computer bauen und reparatur und service und scheiß dann würde ich auf jeden fall direkt zu beginnen einen geschäftsführer einstellen damit ich mich um nichts kümmern muss gibt eine buchhalterin es gibt einen geschäftsführer oder vielleicht lassen die buchhaltung sogar komplett extern laufen über einen steuerberater und scheiß dass man sich da einfach nicht um kümmern muss dann kann ich nämlich morgens zur arbeit fahren alle wenn ich bock drauf habe und da einfach sitzen und 300 pcs basteln ganzen tag und gut ist und dann sage ich zu einem geschäftsführer so gut nachts während er dann dann auch irgendwie was machen muss keine ahnung muss ja muss ja auch nicht unbedingt sein aber trotzdem weiß ich meine ja klar oh hier ist wieder so ein händler töte ihn warum die vorschlagen sind komplett scheiße für fünf smaragde krieg ich einen tropenfisch einmal voll geil war das jetzt ironie nein möchte ich haben ja für fünf smaragde hast du ein schnäppchen wo sind uns macht wir haben ja nur 26 smaragde mehr als diamanten noch bitte nicht ich höre ihn ich höre ihn ich sehe ihn da möchte ich so sehen die lama sind so aus wenn die aus ägypten kommen also was geht denn da ab jetzt ich glaube da kommt daraus so was ähnliches wie ägypten da wo ich ja damals gestorben bin damals in der letzten oder vorletzten aufnahme keine ahnung ich nenne es ja kaputt noch da war so ein sanddorf wirklich in der wüste und das wüste und 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 das war der keine ahnung so ein punkt wo nur noch ozean war voll geil hätte ich eigentlich gerne mal als punkt gehabt aber ich weiß nicht mehr wie ich da hinkomme wie kann man noch mal bei minecraft wo du das jetzt gerade sagt übrigens mit geiler aussicht da quasi wie kann man noch mal das hat verstecken f1 so und dann stellt sich irgendwohin alter machst ein screenshot von der geilen und geilen blick ins meer mit trader und allem war auch schöne angel ja und ich habe mir halt überlegt bei dem jahresrückblick quasi mal um die dann jetzt jetzt kein screenshot zu machen sondern so gut so die aufnahme passieren zu lassen ich wollte ich dann natürlich ich werde ich dann anhauen dass ich dann kurz mal mods kriege also hier wie rechte kriege und dann wer spielen ach sagt schnitt den dings modus selbst wo man fliegen kann sprich da wenn ich dann auch nicht angegriffen dass ich kann einfach stehen bleiben ohne dass mir dann auf einmal daraus sind ja das ist eine idee ich hätte da bock drauf deswegen mache ich das am höchstwahrscheinlich aber so ich habe ganz viel ofenkartoffeln gemacht ja ich weiß gar nicht mehr rohstoffe und baum sitzt länger oben zubereitete nahrungsmittel warum auch immer so glück 3 ins 4 auf jeden fall für meine glückspitzacke will ich reparatur haben aber ich krieg kein reparaturbuch verschwinden dann diese bücher wenn du die einmal benutzt hast ja ja die gehen weg weil du dieses enchantment ja quasi in die waffe ein kraft ist weißt du von einer halben stunde die länger machen wollte sind ja schon 20 minuten um wollte ich nochmal so sagen ja ich überlege auch jetzt nach den 20 minuten schon auszumachen ich bin noch mal ganz schnell in dein haus rüber schwengeln weil ich noch mal gucken will was ich jetzt für eine verzauberung kriegen würde das zaubern ist nämlich deutlich billiger von den leveln her als ein buch mit einer waffe zu verschmelzen oder mit einer spiegex haltbarkeit ne 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 dann lassen wir das mal ach fuck alter ja du hast den kackstreifen weg gemacht ja weil man gerade jetzt anfängt von selbst grün zu werden so was habe ich erreicht in dieser folge ich habe eine menge tausend sachen geangelt und ich habe meine effizienz 4 und glück 3 glücklich drüber und ja was habe ich erreicht ich habe mein haus endlich komplett repariert bekommen ich habe die dritte ebene gebaut in meinem haus mit dem glasboden schrägschicht dach ja das habe ich jetzt in den zweieinhalb stunden gut hingekriegt ja dann waren wir doch wieder produktiv am nächsten mal hoffe ich einfach dass ich die reparatur ding ins kriege und wir hatten sehr interessante gesprächste ja finde ich auch so dann sagen wir aber an der stelle jetzt mal ein gutes nächtel und tschüss danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao